Wir reden das nicht, na ja, da hab ich mich auf den Weg gemacht und bin hier hergezogen. Und am Abend, wenn ich nach Hause gehe, dann so, warmes Bad. Mensch, ist das gesicht. Das ist wirklich lustig. So heiß ist es, um es weggegeben zu sein, von der Ebene. Na ja, wissen Sie, ich hab jetzt die ganzen Jahre hier im Tisch mitgearbeitet. Aber Sie, Sie müssen jetzt weitermarschieren. Ich kann mich nicht weiter mit Ihnen unterhalten.